breaking news eine neue folge endlich wieder am start wir steigen natürlich sofort ein es sind natürlich mal wieder einige sachen passiert es gab wieder viele parts die rausgekommen sind auf jeden fall zwei krasse dinge will ich euch sofort hier verlinken und zwar obtain die haben ein krasses full length rausgebracht vx foodie wer noch bock drauf hat das sind mittlerweile wirklich die letzten aufnahmen von vx alles geht nämlich zu hd rüber checkt das video ab sehr sensationell gefilmt krasser schnitt krasse company shoutouts korrekt ist korrekt der link ist natürlich unten drunter checkt es ab auch noch ein part den ich unbedingt euch zeigen will ist von den beiden eichbrüdern das ist nämlich wirklich tricky das sind zwillinge und der eine fährt goofy und regular und die haben einfach mal ein paar zusammengebracht sehr sehenswerter part denn das ist mal was ganz ganz anderes was außergewöhnliches deswegen auch das bitte mal abchecken natürlich falls ihr bock habt und jetzt kommen wir zu der breaking news überhaupt natürlich wie ihr schon diesen titelbild sehen könnt an dieser überschrift sehen könnt oh mein gott guckt euch die bilder an vielen dank an patrick klein der mir das geschrieben hat und mir die bilder geschickt hat von seinem kollegen checkt das ab es sieht aus wie le dom ist natürlich einer der krassesten spots aus paris natürlich neben bercy und kretais aber das ist schon ein krasser anlaufpunkt und das ganze vor kurzem wurde ja noch sogar dieser franz ablanzert gestanden von annys heftigster trick das war ja auch einer der tricks überhaupt das war trick des jahres europa auf jeden fall und was sagt ihr also habt ihr gibt es irgendwelche informationen so wie ich mitbekommen habe gibt es darüber gar keine informationen also die wissen weder ob das jetzt komplett weg ist man weiß nicht ob der spot firma verschwinden wird man weiß nicht ob der erneuert wird weil vielleicht war ja mal der ein oder andere mal in letzter zeit in paris von euch am ledum und wenn er das mal gesehen hat die kanten und die rillen sind immer mehr und mehr geworden und du kannst das sieht wirklich mittlerweile sehr sehr schrecklich aus vielleicht wollen die das erneuern und es geiler machen ist jetzt natürlich die hoffnung für mich und für uns alle skater natürlich das ist die hoffnung aber sind sind wir uns mal gibt aber die fische als ob die das machen die werden das doch bestimmt anders aufbauen und dann skate stoppen oder irgendwie so bauen dass der spot nicht mehr da ist also ich traue dem ganze sache nicht die meisten haben auch schon direkt rip le dom auch hingeschrieben und sich auch schon verabschiedet ich muss natürlich sagen auch für mich dass ein krasser augenblick denn ich habe das da bis jetzt mal getrefflippt und auch der bekannte trefflipp von der silhouette von dem dreh der auf meinen shirts ist und der überall drauf ist der trefflipp weil ein tag ohne drehen ist ein verlorener tag den habe ich tatsächlich auch dort geschossen ich verbinde also mit ledum eine menge skateboard geschichte für mich persönlich krassester ort krassester augenblick den trefflipp dazu machen das war so ein beginn für mich auf jeden fall das war das erste mal dass ich in paris war sehr krass zu sehen dass solche spots das ist halt immer wieder auch der kölner spot war ja weg und jetzt trifft es wieder paris und es trifft immer wieder ich will bloß nicht prophezeien was noch alles passieren könnte im schlimmsten falle aber naja was habe ich gesagt schreibt mir in die kommentare was wisst ihr darüber was glaubt ihr lasst uns darüber unterhalten und natürlich ist meine e mail adresse auch hier unten drunter also für petitionen für irgendwelche sachen schreibt mir eine e mail ihr könnt mir keine nachrichten schreiben denn es sind zu viele nachrichten die ich auf social media kanälen bekomme das kann ich nicht mehr mir alles merken und kontrollieren wenn ihr da was schickt wenn ihr wirklich eure petitionen eure stadt was bewegen wollt ja irgendwas krasses nicht einfach wir waren gestern skaten und hier postet das mal so das ist mir jeder skatet hat gestern geskatet hat gestern einen trick gemacht so freunde müssen was bewegen ich biete hier eine plattform wo ihr mir schreiben könnt und wir vielleicht was bewegen können in der stadt für eine neue halle für neuen skatepark für irgendwas was vorankommt vorankommen soll also wie gesagt mail ist in der beschreibung vielen dank natürlich fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du meine webseite abcheckst und mich supportest denn das ganze mache ich hier alles alleine und ich würde mich freuen wenn du meine gruptapes holst shirts habe ich am start das intro von wer ist sein dealer gibt es also kompletten songs supportet mein homie nico samms checkt das alles ab verlinke ich alles hier unten drunter also geht einfach in die beschreibung da sind alle sachen die parts sind da verlinkt die der online shop ist verlinkt alles mögliche ist da am start auch meine e mail adresse falls ihr mir was schreiben wollt könnt oder ihr sollt auch supportet mich auch falls ihr irgendwas lasst uns alle gas geben freunde ich freue mich auf 2018 und wir sehen uns natürlich bei der nächsten breaking news beim nächsten video ich denke mal natürlich am wochenende gibt es wieder neues video also seid dabei bleibt dabei und like natürlich das video bitte und ich bin wieder raus also geht vergisst nicht einen tag ohne dresd am verlorent tag